Da bin ich! Was ich mit Mercedes verbinde ist meine ganze Kindheit. Wir sind mit Mercedes aufgewachsen. Persönlich natürlich eine Herzensangelegenheit. Bei uns liegt vielleicht auch so ein bisschen das Benzin im Blut. Mich haben die Autos von klein auf schon fasziniert. Man geht irgendwie immer mit dem Lächeln nach Hause, weil doch immer was Lustiges mit dabei ist. Ja, gut. Die schönsten Geschäfte sind die, wo alles gut funktioniert, wo ich weiß, dass der Kunde mit einem Lächeln nach Hause kommt. Weil das Klima hier gut ist, nette Kollegen und es gibt eigentlich wenig, über was man sich beschweren kann. Also man geht gerne in die Arbeit. Als Verkäufer arbeitet man ja viel mit anderen Abteilungen zusammen, egal ob es die Werkstatt ist, ob es die Disposition ist, ob es der Teiledienst oder sogar der letzte Aufbereiter ist. Und da ist es natürlich immer sehr wichtig, dass alle zusammenarbeiten und das gute Klima einfach herrscht. Wir sind auf alle Fälle ein sehr engagiertes, junges Team. Die Motivation an den Tag legt, um sich auch als Person weiterzuentwickeln jeden Tag. Da seid ihr hier an der richtigen Adresse, also bewirbt es euch. Wenn man offen ist für Neues und wenn man flexibel ist. Spaß an der Arbeit mit Autos hat natürlich. Na ja, müsst ihr da eigentlich eine offene Persönlichkeit haben, Spaß verstehen. Dann ist das was Sympathisches und was Authentisches. Dann passt man bei uns gut rein, ja. Judas Abente death! Ja. Im Moment. Es geht um die Bauwirtschaft mit einsetz pareil. Ich finde, auch sie da gut sind. iyor